Süß, fruchtig und hübsch anzusehen. Nicht Lynn, sondern das nun folgende Nachttischrezept. Wir machen heute ein Dessert im Glas. Richtig lecker. Ihr braucht dafür nämlich Vanillekipferl und Himbeeren, denn es wird ein geschichtetes Vanillekipferl-Himbeer-Dessert im Glas. Und ihr braucht dafür folgende Zutaten. Vanillekipferl, richtig. Und dann brauchen wir Himbeeren, frisch oder tiefgekühlt, Magerquark und Mascarpone, außerdem Sahne und Zucker, Puderzucker, Bourbon-Vanille-Zucker, Vanille-Extrakt und Himbeer-Soße und Gläser. Bei diesem Rezept fangen wir an mit der Creme. Und dafür brauchen wir die Mascarpone, den Magerquark, den Zucker, den Bourbon-Vanille-Zucker, also die Hälfte davon, den Vanille-Extrakt und die Hälfte von der Sahne. Und das mischen wir jetzt. Na hopp, bist du schüchtern oder was? Und das alles rühren wir jetzt ein paar Minuten lang richtig schön creme. Und danach wird es mal eben kaltgestellt. So, ich stelle es mal eben kalt. Jetzt legen wir sechs von den Vanillekipferlen, also sechs, die heile sind, beiseite. Die brauchen wir nämlich für die Deko. Also je nachdem, wie viele Gläser ihr machen wollt. Ich habe eigentlich vor, sechs Portionen mit dieser Menge zu machen. Hängt aber davon ab, wie groß eure Gläser sind. Und den Rest wollen wir fein zerbröseln. Dafür nehme ich Nudelholz und Rolldrücker. Jetzt nehme ich mir die Himbeeren und zwar als erstes die, die ganz sind. Wenn ihr tiefgefroren habt, sind die am meisten ein bisschen zerbröselt. Wenn ihr frische habt, dann ist das kein Problem. So, und die halbieren wir jetzt vorsichtig senkrecht. Warum wir das machen, zeige ich euch gleich. Aber das macht ihr mit fast allen, die ganz sind. Nur sechs Packungen zur Seite, die wollen wir nachher oben drauf setzen. Und jetzt zeige ich euch schon mal in einem Glas, wie wir das jetzt schichten. Also ich nehme für unten rein, krümeln. Ich habe jetzt auch hier Sektgläser genommen. Ihr könnt auch kleine, flache Dessertgläser nehmen oder auch schüsseln, wenn ihr keine Gläser habt. Ich finde es aber so besonders schön. So, dann kommt eine Schicht von der Creme obendrauf. Jetzt schön sauber arbeiten, damit nicht der ganze Rand beschmiert. Und die Himbeeren, die wir jetzt so in Scheiben geschnitten haben, die setze ich jetzt mit der offenen Schnittseite hier an die Scheibe ran. Als würde sie rausgucken. Und davon packt ihr so vier Stück hier drumrum. Und dann kommt die nächste Schicht, Krümel drüber, wieder Creme. Und dann noch nicht wieder Himbeeren, weil da obendrauf kommt noch was Besonderes gleich. Bevor ich jetzt mit den anderen dreien weiter mache, zeige ich euch aber erstmal, wie es weitergeht. Und zwar nehme ich mir jetzt ein Gefäß, in dem ich die Sahne, die wir noch übrig haben, steif schlagen kann. Mit dem übrigen Bourbon-Vanillezucker mache ich nämlich jetzt Vanillesahne und die kommt obendrauf. So, für die Fertigstellung schnappe ich mir die jetzt schon mal. Und dann kommt jetzt obendrauf eine kleine Sahnehaube. Auf diese Vanillesahne kommt jetzt eine ganze Himbeere. Ein Vanillequipferl kommt mit ran. Und vorsichtig ein bisschen Himbeersauce drüber tröpfeln. Und das machen wir jetzt mit einem. Und dann können wir die nochmal kalt stellen und dann wird gefuttert. Und weil wir in der Schneejahreszeit sind, kommt hier noch ein bisschen Kula-Zucker drüber. Sieht immer so hübsch aus. Jetzt habe ich wirklich lange genug gewartet. Ich mache den Rest gleich fertig. Jetzt will ich erstmal essen. Und die Kunst ist ja bei diesen Schichtdesserts im Glas, dass man alles auf einen Löffel bekommt. Das habe ich natürlich perfektioniert. Also, rein. Schmeckt zum Hintenüberkippen. Es ist so monsterlecker. Diese Vanillecreme, dieser Crunch dazwischen, diese frischen Himbeeren. Ich mache kurz eine Trinkpause und habe einen Tipp für euch. Ihr könnt nicht genug von uns kriegen, was ich verstehen kann. Oder von unseren Beiträgen. Dann könnt ihr die hier gucken. Oder ihr abonniert einfach unseren Kanal. Oder könnt noch am allerbesten links unten klicken. Oder rechts, wie auch immer. Alle unsere Folgen auf Join. Frühstücksfernsehen immer und überall. Könnt ihr alle Highlights nochmal nachgucken. Prost.